Und jetzt wurde eben in den Medien dargelegt, dass General Kamel, Benjamin Netanyahu, das ist eben der Premierminister in Israel, der Regierungschef, dass er ihn zehn Tage vor dem 7. Oktober angerufen hat und ihm gesagt hat, da wird etwas Schlimmes passieren, da wird etwas Großes passieren. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf den Online-Log-Hallights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Der zweite Teil ist heute am Start. Dr. Daniele Ganser zu Besuch bei Boogie und Belash. Wir labern nicht groß rum. Daumen nach oben, Kommentarchen schreiben, Kanal abonnieren und los. Der Materiano hat, finde ich, so erinnert mich auch ein bisschen bei Gaddafi. Der war im Westen auch der Freund des Westen. Das ist dann auch ganz schnell gekippt. Das ist ein abstraktes Beispiel. Habe ich jetzt nicht verstanden. Das ist bei Gaddafi auch... Habe ich jetzt nicht verstanden, denke. Brug ich dir gepasst, aber nicht gestern. Das war, dass der erst sehr viel Macht durch den Westen auch erhalten hat, durch Frankreich und so. Und dann halt durch einige Sachen, die eigentlich genauso da waren. Also man sagt, dass er vorher schon oft Sachen gemacht hat, die man früher toleriert hatte. Da war er nämlich mal auf dem Feld ein interessanter Player. Da haben sie ihn fallen lassen. Also was sicher ist, ist, dass Gaddafi eigentlich Libyen zu einem der reichsten Länder in Afrika gemacht hat. Also Afrika, grob gesagt, sind 40, 50 Staaten. Er hat auch guten Fame gehabt. Also Gaddafi hat auch eigentlich jeder gefühlt damals auf der internationalen Bühne so mäßig. Bis der auf einmal zu mächtig wurde. Und dann musste man den Laden bekämpfen auf jeden Fall. Schon krass, ey. Und wenn du diese Staaten anschaust, dann war Libyen das Erfolgreichste. Das Erfolgreichste. Es war nicht Nigeria, es war nicht Südafrika. Es waren auch nicht Kenia oder so, sondern es war wirklich Libyen. Und das hätte eigentlich bei jedem in Europa oder in Nordamerika, da hätte helle Freude auslösen. Aber da hier haben wir ein erfolgreiches afrikanisches Land. Und dann hat Gaddafi aber eigentlich an der UNO-Generalversammlung, da treffen sich ja immer alle 193 Staaten. Withalten, reiches afrikanisches Land, das dürfen wir nicht zulassen. In der Welt hat Gaddafi sich erlaubt, halt die Briten zu kritisieren und die Amerikaner zu kritisieren. Das mögen die nicht. Das ist überhaupt nicht so, dass sie sagen, ja, er hat recht und ja, stimmt, wir haben da illegale Kriege gemacht. Und der Gaddafi hat halt dann wirklich von der Kanzel weg, das ist halt bei der UNO-Generalversammlung, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, in New York gibt es die UNO und bei der UNO kommen alle Länder der Welt zusammen. Und da können die Staatschefe sprechen. Manchmal kommt auch keiner. Ja, manchmal hört keiner zu. Ja, aber wenn da, wenn halt volles Haus ist, ja, dann sprichst du zur Welt, zu allen Staatschefs gleichzeitig. Und an diesem Ort hat Gaddafi vom Leder gezogen. Wann war das bitte? Geiler Typ, Digga. Feier ich. Einfach vor 2011. Vom Leder gezogen in den Mann. 2011 wurde er bombardiert und getötet. Aber vorher hat er ziemlich aufgeräumt und das gibt es ganz selten. Und das hat sicher dazu geführt, dass er in Ungnade gefallen ist. Und dann hat 2011 eigentlich Frankreich, USA und Großbritannien, oder in den USA war damals vor allem Obama, Die drei Jutsen mal wieder, wa? Im Präsidenten. Und dann haben die einfach Libyen runterbombardiert. Ja, das ist krank. Und dann haben sie die Gegner von Gaddafi bewaffnet. Und die haben Gaddafi dann getötet. Und das war ein absolutes, ja, eine weitere Katastrophe in den internationalen Beziehungen, weil Libyen ist seither einfach ein zerstörter Staat. Da ist jetzt nichts Gutes entstanden dort seither. Das ist eigentlich bei allen so. Bei allen Staaten, wo die Amerikaner beziehungsweise der Westen sich gesagt haben, nee, da müssen wir jetzt für Ordnung sorgen. Da müssen wir jetzt unsere Werte, wir müssen da jetzt reingehen, Ressourcen klauen und unsere Werte etablieren, unsere Art von Denken und Philosophie und Demokratie da einführen und dann ist alles besser als vorher. Und bei allen diesen Ländern ist es schlimmer als je zuvor. Das sind einfach Fakten. Du kannst mir nicht ein Beispiel sagen, wo das funktioniert hat. Und der Jens Stoltenberg, das ist der Generalsekretär der NATO jetzt, der hat auch mitbombardiert. Der war nämlich damals der Premierminister von Norwegen. Und jetzt macht er so einen auf, ja, Putin darf doch nicht in die Ukraine einmarschieren, wo er recht hat, ja, darf Putin nicht. Aber da sage ich immer, ja, Herr Stoltenberg, Sie sind doch, Sie haben doch Libyen bombardiert. Das Verrückte ist, der hat schon unterbrochen, ich habe jetzt auch zurück, aber wie das immer dann so getilgt wird. Mein Kumpel hat immer gesagt, wenn wir einen umbringen, sind wir Intensivtäter, SV für immer. So ein Politiker tötet eine Million. Und er kam hier nach Labell, weil es war in meinem Bezirk damals, da hatten wir schulfrei, das war der erste Terroranschlag, den ich gekannt hatte, dass er dann auch überhaupt noch sein Comeback hatte. Also ich glaube, wenn Belasch ich oder du Granaten im Disco werfen lässt, dann klar wurde vor, bebombt sich mir jetzt nur der Fakten. Für die gibt es keine Gesetze. Dann bist du erst mal, da wirst du nicht mal im Bundestag eingeladen. Ja, also die Erinnerung der meisten Leute ist so kurz, dass sie es gar nicht mehr wissen. Die wissen dann gar nicht, dass das eigentlich Libyen bombardiert wurde. Aber es war 2011 so, damals ist auch Fukushima explodiert, das war dieses Jahr. Ja, Digga, das sind so viele Dinge, so viele Events, die ganz nah hintereinander passieren, so wie auch jetzt gerade, dass keiner mehr über die vergangenen Sachen überhaupt redet. 2011 und so, für die Leute ist das so weit weg, Bro, das spielt doch gar keine Rolle mehr. 2011? Aber das muss man halt irgendwann checken, Digga, dass das alles mehr oder weniger, also dass man da Parallelen ziehen kann, dass Dinge auch teilweise miteinander zusammenhängen und so. Also wir müssen alle heutzutage private Historiker werden, damit wir die Dinge wirklich verstehen. Und damals, vielleicht wenn ich das noch anfügen darf, gab es eben auch verdeckte Operationen. Also die britischen SIS, das sind die Special Air Services. Warum überkörperfrei, Bro? Weil ich es kann. Und der MI6, die sind schon vor der... Spaß. Es ist heiß, Bro. 30 Grad, ich schwitze voll. Ich habe keinen Bock auf Klimaanlage. Fenster auf, weißt du, wie ich meine? Auf entspannt. Ich bin trotzdem ein bisschen am Schwitzen, aber passt schon. Die sind in Libyen gelandet und haben die Gegner von Gaddafi aufgerüstet. Das ist eigentlich meistens so, wie die Kriege beginnen. Man baut die Gegner auf und dann haben die Gegner, haben zum Beispiel libysche Polizisten erhängt, um Gaddafi in eine gewalttätige Reaktion zu triggern. Und dann ist Gaddafi tatsächlich auch gegen Benghazi vormarschiert. Und dann hat Obama gesagt, wir müssen in Libyen einen Bürgerkrieg stoppen. Und die verdeckten Operationen von vorher, die werden weggelassen. Genau so läuft der Laden. Es ist in meinem Buch Illegale Kriege sehr genau recherchiert und auch dargelegt. Aber die meisten Menschen schauen nicht so genau hin. Die hören irgendwie Libyen und denken, das kenne ich nicht. Dann heißt es Gaddafi, das kenne ich nicht. Und dann heißt es halt, der ist böse, der muss weg. Und dann folgen sie ein bisschen blind dieser Propaganda, die da verbreitet wird. Und sie sagen nicht, ja was war denn die Situation der Frauen in Libyen? Die war viel besser. Die Situation der Frauen war viel besser. Aber wie viele Leute konnten denn da lesen? Ja viel mehr. Das ist unglaublich. Das ist krass, ne? Das ist so krass. Der Großteil der Bevölkerung hat halt keine Ahnung über diese ganzen Geschichten so. Welche von diesen Interventionen hat denn danach einen besseren Zustand als vorher überhaupt produziert? Keine. So wie ich es auch eben gesagt habe schon. Ja deswegen. Also jetzt muss doch langsam mal einfach mal auch der Deckel auf den Topf rauf, dass die Leute jetzt nicht anfangen immer wieder dieselbe Scheiße zu labern. Das funktioniert halt einfach nicht. Wir haben es jetzt gesehen. Wir haben es jetzt anhand von mehreren Beispielen gesehen. Und auch dieses ganze Gewaltprovokationsding zum Beispiel gibt es ja jetzt auch gerade während dem Israel-Konflikt so nach dem Motto, dass man dort mit dieser Tat halt quasi die Aggression von Israel, die dann natürlich zurückschlagen muss irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, dass man die vielleicht irgendwie provoziert hat oder ob das das Resultat daraus war. Was ist der Gedankengang dahinter, fragt man sich. Wenn jetzt eine Organisation wie die Hamas, die umstritten ist, während innerhalb der palästinensischen Bevölkerung auch teilweise völlig unpopulär ist, wenn die sowas gemacht hat, wenn es wirklich möglich ist, für mich persönlich ist es unmöglich. Also wenn ich mir den israelischen Sicherheitsapparats angucke, tut mir leid, aber irgendwas stimmt an dieser Story nicht. Mehr sage ich dazu nicht, aber naja. Vor 25 Jahren war es als Katze unmöglich in der Nähe dieses Zauns rumzuhängen, ohne dass die da eine Benachrichtigung bekommen. Heutzutage ist dieses System noch viel, viel feiner. Sollte das auch wirklich so gewesen sein. Und da muss ich sagen, Theorie, links oder rechts, spielt jetzt keine Rolle. Die Toten, die produziert wurden, über die sollte man nicht schlecht reden und die sollte man nicht vergessen. Weil egal, aus welcher Intention heraus dieser Anschlag in Anführungsstrichen passiert ist, Tote wurden produziert auf der israelischen Seite. Und diese Leben, diese Menschen, die kommen nicht wieder zurück. Aber was denkt man sich, was passiert danach? Natürlich gibt es dann eine Gegenreaktion, die wird mit äußerster Brutalität durchgezogen. Aber wie wir es ja in der Vergangenheit der Geschichte schon gesehen haben, dass immer irgendwelche Situationen passieren, die dann dazu führen, dass halt Riesenkriege geführt werden, über Jahre. Und dass meistens die Gründe, warum diese Kriege entstanden sind, dann verborgen werden. So wie er es eben beschrieben hat mit Libyen oder auch mit der Brotkastellüge oder auch mit 9-11, Digga, da ist ja auch immer noch so ein Thema, wo manche Leute so, manche Leute so. Da gibt es ja auch die ein oder anderen Theorien, die da angeschmissen werden. Von einer Sache bin ich überzeugt, dass wir nicht richtig informiert wurden. Aber das sind halt immer die ausschlaggebenden Gründe dann für extrem viele tote Menschen, extrem große Kriege, die extrem viel Geld natürlich auch mit sich bringen für die Waffenindustrie. Und das darf man halt nicht vergessen. Und deswegen muss man halt auch wirklich versuchen, wenn sowas ausbricht und wenn sowas passiert, erstmal die Emotionen auch ein bisschen im Zaum zu behalten und dann mal zu verstehen, Bro, wie kann das eigentlich passieren, dass das so weit gekommen ist und so. Was könnte da wirklich das Interesse dahinter sein? Weißt du? Weil ich glaube, da werden halt ganz viele Interessen verfolgt, von denen wir halt gar nichts wissen. Sehr viel heftiger sein, als was vielleicht dort passiert ist. Das haben wir jetzt alles mitbekommen. 25 Prozent der Toten sind Kinder, 18 Prozent sind Frauen und wie du gerade gesagt hast, die Gesamtbevölkerung ist um die 50 Prozent sowieso unter 25. Es hat die Leute getroffen, die damit sowieso nichts zu tun gehabt haben. Was ist die Motivation hinter diesem Angriff, fragt man sich. Und da komme ich halt echt nicht auf den richtigen Trichter. Wo ich aber sagen muss, dass ich es erfrischend finde, dass die amerikanischen Medien, teilweise New York Times und so weiter, auch sehr skeptisch und nicht so gradlehnig wie sonst darüber berichten, sondern sagen, ey, hier sind leider Fragen offen. Es ist nicht ganz so eindeutig, wie uns gesagt wird. Also dann sind wir wieder zurück beim 7. Oktober 2023. Wir sind wieder zurück beim Gaza-Streifen. Wir sind zurück in diesem sehr komplexen Konflikt. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist, dass es eine Warnung gab aus Ägypten an Israel. Und zwar hat der höchste, der Chef des ägyptischen Geheimnisses, Ägypten hat 100 Millionen Menschen, ist also ein großes Land, mehr Menschen als Deutschland. Der Chef vom ägyptischen Geheimdienst, der heißt Kamel. Okay. Das ist General Kamel. Und der... General Kamel. Okay. Wenn man den Gaza-Streifen anschaut, gibt es ja eben diese Mauer. Und in dieser Mauer, wenn du dir das Gefängnis vorstellst, gibt es nur drei Ausgänge. Zwei gehen nach Israel und ein Ausgang geht nach Ägypten. Und der General Kamel, der ist also immer wieder durch diesen Zaun gefahren. Der kommt natürlich dann mit. Blaulicht und alles geht auf die Seite. Die Bodyguards sind da. Dann fährt er in den Gaza-Streifen rein und dann fährt er nach Gaza und dort trifft er die Hamas. Okay. General Kamel ist, wenn irgendjemand etwas weiß, was bei der Hamas läuft, dann am ehesten General Kamel. Krass, Digga. Das hört sich so an, als ob er den kennt. Der General Kamel, Bro. Und jetzt wurde eben in den Medien dargelegt, dass General Kamel, Benjamin Netanyahu, das ist eben der Premierminister in Israel, der Regierungschef, dass er ihn zehn Tage vor dem 7. Oktober angerufen hat und ihm gesagt hat, da wird etwas Schlimmes passieren, da wird etwas Großes passieren. Jetzt, ob das so ist oder nicht, weiß ich nicht. Das ist einfach die Aussage, die wir haben. und die Antwort von Benjamin Netanyahu ist jetzt, das stimmt nicht. Das sind Fake News, der hat mich nie angerufen, wir haben nicht miteinander gesprochen und eigentlich hast du jetzt zwei Aussagen. Du hast Kamel gegen Netanyahu und wir sitzen hier in Berlin, ich habe weder Netanyahu persönlich getroffen noch Kamel und das werde ich vermutlich in meinem ganzen Leben werde ich die Leute nie persönlich treffen, aber für uns ist ja auch nicht jetzt klar, wer die Wahrheit sagt. Kleine Zwickmühle hier, einfach diese Sache vom 7. Oktober 23, wenn du dich fragst, wie sind die rausgekommen, was ist das strategische Interesse darin, ich halte mich einfach zurück, weil es ist wirklich noch zu früh, es ist wirklich im gleichen Monat, im gleichen Monat, wo ich jetzt, da kann ich das eigentlich nicht kommentieren, ich kann nur in die Geschichte und sagen, okay, jemand hat mir eben nachgeschrieben, Herr Ganze, denken Sie, das ist Lihob, also let it happen on purpose, da kann ich sagen, also Lihob funktioniert so, man lässt einen Gegner eine vernichtende Blutspur ziehen, diese Blutspur hat dann den Effekt, dass man das Volk hinter sich hat, 9-11, weil die Leute, sorry, dir in den Krieg folgen, das ist eine Technik, let it happen on purpose, man lässt einen Anschlag ziehen, ob das hier so ist, weiß ich nicht, was ich aber weiß ist, das hat es schon gegeben und das möchte ich vielleicht kurz erklären, weil da habe ich Daten, also die, der bekannteste Lihob Event ist der Angriff auf Pearl Harbor, das heißt also, Japan greift die USA an, in diesem Moment ist in den USA Präsident Roosevelt, ist der Präsident und überlegt sich, wie kann ich Krieg führen gegen Hitler, wir sind im Jahr 1941, es ist der Zweite Weltkrieg, die Japaner überfallen viele Länder, bringen viele Menschen um, die Deutschen überfallen viele Länder, bringen viele Menschen um und jetzt Roosevelt ist in den USA und die USA sind nicht im Krieg und ein Teil der amerikanischen Bevölkerung will auch nicht in den Krieg, man nennt sie Isolationisten und andere wollen in den Krieg, man nennt sie Interventionisten und also das Land ist gespalten und Roosevelt will jetzt die Bevölkerung für den Krieg gewinnen, jetzt kannst du jeden anrufen oder persönlich vorbeigehen, aber das geht nicht, okay, das funktioniert so nicht. Isolation, weil sie sich isolieren sollen, dass Amerika sich nur um sie kümmert, sozusagen, okay, this is not our war, okay, this is not our war, we're not gonna go there, this is not our war, das ist nicht unser Krieg und, oder this is not our interest, das sind nicht unsere Interessen und dann passiert folgendes, dann wird der Geheimdienst damit beauftragt, wie kann man eine Technik entwickeln, dass die Japaner den ersten Schuss abgeben, es geht nur um das und dieser Geheimdienst ist das Office of Naval Intelligence, ONI, das ist krass, also das ist der Marinegeheimdienst und der Marinegeheimdienst sagt, wir müssen das so machen, wir hätten die mal den Film nach wahren Begebenheiten gemacht, was die ja angeblich gemacht haben, aber das wurde in dem Film so nicht gezeigt, wenn ich das so sagen darf. Wir müssen die Pazifische Flotte, die Amerikaner sind ja umgeben von zwei Ozeanen, das eine ist der Atlantik, da gibt es die Atlantische Flotte und das andere ist der Pazifik, da gibt es die Pazifische Flotte und dann sagt er, wir müssen die Pazifische Flotte, den Hauptstützpunkt, der ist jetzt in Kalifornien, den müssen wir dicht machen und dann müssen wir die Flotte rausschieben nach Hawaii, weil das ist näher bei den Japanern, okay, du legst also den Knochen näher vor die Hundehütte und dann sagt der General, also der Admiral, der dann eigentlich die Pazifikflotte kommandiert, das ist Richardson, kann man in Dokumenten nachlesen, der sagt, nee, Herr Präsident, das mache ich nicht. Dann sagt der Präsident, du bist der Admiral, ich bin der Präsident, du bist entlassen, okay, und dann wird Richardson entlassen, weil der Richardson sagt, ich verlege doch nicht die Pazifische Flotte nach Hawaii raus, ich bin doch viel lieber in Kalifornien, da habe ich viele Vorteile, da habe ich sozusagen die Treibstoffe für die Schiffe, die Soldaten, wenn die übers Wochenende ihre Freundin sehen wollen, also in Hawaii. Hat nichts mit dem Thema zu tun, aber Hawaii soll auch richtig geil sein, teuer, aber soll geil sein. Ist ziemlich abgeschieden. Und dann wird er ersetzt durch einen anderen Admiral, also bei der Navy ist immer der Höchste, der heißt Admiral. Und das ist der Admiral Kimmel. Und Kimmel sagt, ja klar, Herr Präsident, Pazifische Flotte, ist deutscher Name, verstanden, der neue Stützpunkt ist Pearl Harbor. Okay, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, das ist eben vom Office of Naval Intelligence so vorgeschlagen, der zweite Schritt ist, man soll den Japanern den Erdölhahn abdrehen, weil die Japaner führen ja Angriffskriege, gefährliche Angriffskriege, illegale Angriffskriege, erobern ein Land nach dem anderen, verbreiten toten Schrecken und die Amerikaner liefern Erdöl. Und dann kommt der Moment, eben 1941, wo die US-Regierung sagt, nein, wir liefern euch nichts mehr. Und dann fährt also dieser japanische Tanker fährt über den Pazifik, leer, kommt in Kalifornien an und die sagen, Tankstelle geschlossen und dann fährt er wieder leer zurück. Und das ist der Moment für die Japaner, wo sie sich sagen, okay, jetzt kommt es zur, jetzt kommt es zur Konfrontation. Wir müssen, wir müssen jetzt die Amerikaner bekämpfen, weil sonst haben wir keinen Treibstoff mehr, wenn wir keinen Treibstoff. Krass, der Geist, glaube ich, ist das nicht das einzige Mal, wo Amerika angegriffen wurde? Offiziell so? Ich glaube schon, oder? Das zeigen die in dem Film auch, wie die Flieger dann da kommen und so crazy. Und dann fangen die Amerikaner die Funksprüche ab. Das ist historisch bewiesen. Also die Funksprüche der Japaner wurden abgefangen und die wurden dekodiert. Und natürlich, sagen die Leute, die haben japanisch gesprochen, konnten die Amerikaner japanisch? Natürlich habt ihr Geheimdienst Japan-Kenner, die japanisch sprechen. Also was denken ihr? Da gab es ja auch extra Leute, die ausgebildet wurden, diese Kohlzug-Knacken. Gibt es ja auch so Netflix-Filme rüber und so. Genau. Also das ist auch gut dokumentiert und das bedeutet, der amerikanische Präsident wusste genau, dass der Angriff kommt. Jetzt, er wusste auch, für den Gegenschlag braucht er noch die Flugzeugträger. Die waren ja auch auf Pearl Harbor. Und dann hat er den zwei Flugzeugträgern gesagt, ihr bekommt einen sogenannten Taxi-Job. Also ihr müsst jetzt ein paar Flugzeuge nach Midway transportieren. Die waren dann zufällig weg. Die wertvolle Karre fährst du noch weg. Und dann kommt eben am 7. Dezember 1941 kommt eben dieser Angriff von Japan auf Pearl Harbor mit etwa 1.500 Toten. Und da sage ich, das ist eine klare Lee-Hob-Operation, weil... Muss man überlegen, da lassen die einfach Leute sterben. Das ist ja nicht einfach nur so ein Schachspiel oder irgendwie so Strategie und so. Da sind ja echte Menschenleben involviert, so weißt du. Krankescheiße. Präsident hat es gewusst und die Regierung, also die engsten Mitarbeiter von Roosevelt haben es gewusst. Aber der führende Kommandant, der Admiral Kimmel, der ja eben die Schiffe kommandiert auf diesem Pazifik-Flottenpunkt, der hat es nicht gewusst. Und das heißt, du hast verschiedene Informationsebenen, auch das amerikanische Volk hat es nicht gewusst. Und die Leute waren da natürlich schockiert und haben gesagt, was, die haben einen Amerikaner umgebracht. Und das ist eine Lee-Hob-Operation, die meiner Meinung nach bewiesen ist. Gibt es aber, Belas, dass ich das ganz transparent mache, natürlich Historiker, die sagen, was hier Daniele Ganser erzählt ist, ist Blödsinn. Ein amerikanischer... Selbst da dachte, das ist so Common Sense-mäßig. Kleiner Schwurbler hier, der Daniele war. Der würde doch nicht zweieinhalb Teilen eigene Leute liefern. Aber wer das nachlesen will, in meinem Buch Imperium USA habe ich das genau dargelegt. Und ich sage, diese Operation für mich, klar Lee-Hob, ich habe auch ein Zitat im Buch, da sagt nämlich ein Mitarbeiter vom Office of Naval Intelligence, also vom Militärgeheimdienst, vom Marinegeheimdienst sagt, es war ein relativ geringer Preis, den wir bezahlen mussten für die Einmütigkeit des Fachbrückes. Also erst, okay, ja, zweieinhalb Tausend US-Soldaten tot, aber dafür Millionen US-Amerikaner hinter dem Präsidenten and ready to go to war. Weißt du, was ich meine? Genau, das erinnert mich auch ehrlich gesagt an den Ersten Weltkrieg, wo ich auch, ich wurde letztens mal irgendwie so aus dem Kontext geschnitten, dass die Leute denken, ich sage, es gab keinen Zweiten Weltkrieg. Ich habe immer gesagt, dass meiner Meinung nach der Erste Weltkrieg nicht zu Ende gegangen ist und dann durch eine kurze Pause unterbrochen wurde, weil die meisten Interessen und historischen Begebenheiten verknüpft miteinander waren. Das ist meine Aussage gewesen, es gibt viele Historiker, die das sogar unterschreiben würden, das kann man darüber streiten oder nicht, aber ich denke mal, es ist nicht problematisch davon auszugehen. Nur bei dem Kriegseintritt der USA während des Ersten Weltkrieges, wenn wir ihn jetzt so nennen wollen, dann war das ja auch der Angriff auf die Luzetania und das kann man ja auch im Nachhinein als genau so eine Leehop-Operation vielleicht auch deuten, weil im Endeffekt hieß es am Anfang ja nein. Ich denke, fast alle Kriege basieren auf so eine Leehop-Operation, sage ich euch ehrlich und wie ich auch schon in den letzten zwei Videos gesagt habe, ist, dass ich überzeugt davon bin, dass fast alle, also dass wir die Ursprünge von allen Kriegen auf jeden Fall in der breiten Masse der Gesellschaft nie richtig verstanden haben, sondern dass sie uns einfach irgendwelche Informationen gegeben haben, damit wir unsere Schnauze halten, aber die wahren Gründe sind verborgen. Aber dann kamen 100 Jahre später dann irgendwelche Dokumente, wo dann teilweise zugegeben wurde, dass die Luzetania mit Waffen ausgestattet war und halt eben nicht nur Lebensmittel transportiert hat, wie damals erzählt wurde. Welches Fall waren die Luzetaner, wir sind bestimmt Schiller nicht. Es war ein Schiff, das über den Atlantik fuhr, von den USA nach England und dann hat man gesagt, ja, da dürfen schon Schiffe fahren, es darf kein Waffentransport sein, weil die Engländer waren ja im Krieg mit Deutschland. Riesen, wonach das Schiff benannt worden ist. Karl May oder so, nicht Karl May vielleicht direkt nicht, aber diese Gräueltaten, die ja nur zum Teil waren, über Indianer, das hätte ich gedacht, dass die ja mit Absicht die Siedler, das war echt ein Bild, die Siedler so chillen lassen und wissen, ein paar Rothäute reiten da ein und dann kann die Armee und dann kann die Armee alle Wolli nehmen. Aber es ist einfach, es ist einfach, weißt du, es ist eine Technik, die man List nennt. Und die meisten Menschen denken, in der internationalen Politik gibt es keine List und das ist ein großer Irrtum. Man muss von List ausgehen, man muss von Täuschung ausgehen. Es ist auch die Japaner, die da in die Manchurei eingefallen sind, haben dann Zuggleise in die Luft gesprengt und haben gesagt, es waren die anderen. Also List gibt es immer wieder. Man muss einfach von List ausgehen und das, was die Historiker einfach machen, ist, wir können diese Dinge aufdecken und man kann das verdeckt aufdecken und wo man sozusagen die Indianer, die Native Americans, wo man die getötet hat, da gab es sehr viel List. Da gab es sehr viel List. Immer wieder hat man, also die bekannteste List ist, dass man ihnen gesagt hat, geht hier über den Fluss, dann lassen wir euch in Ruhe. Und dann zehn Jahre später, man kam, geht hinter die Berge, da lassen wir euch in Ruhe. Und dann noch ein bisschen später, es geht in den Pazifik, dann lassen wir euch in Ruhe. Und das war dieses Ganze, das ganze Movement nach Westen, das heißt, der US-Imperialismus im Kern beruht eben auch auf der Vertreibung der Sioux, der Apachen, der Cheyenne. Und das ist ja, nicht auf, lassen wir euch in Ruhe. Und dann zehn Jahre später, man kam, geht hinter die Berge, da lassen wir euch in Ruhe. Und dann noch ein bisschen später, es geht in den Pazifik, dann lassen wir euch in Ruhe. Ja, so wurden die Indianer langsam, langsam, Step by Step ausgerottet. Dieses Ganze, das ganze Movement nach Westen, das heißt, der US-Imperialismus im Kern beruht eben auch auf der Vertreibung der Sioux, der Apachen, der Cheyenne. Facts. So wichtig, dass das mal jemand sagt, auch der Historiker ist. Das ist ja nicht aufgearbeitet, weißt du, das ist nicht aufgearbeitet. Es gibt nicht diese, dass man sagt, ja stimmt, da hat man schon getötet und da hat man schon List angewendet. Auch der Krieg mit Mexiko, der dann vom Zahn gebrochen war, also Kalifornien hat zu Mexiko gehört und dann sind die Amerikaner Krass, das wusste ich gar nicht. Also die, ja, die Siedler sind und die Kavallerie sind da rein, hat einen Zwischenfall inszeniert und dann haben sie gesagt, ja, das ist wie der Vietnamkrieg, also wer den US-Imperialismus studiert. Kalifornien hat zu Mexiko gehört? Sehr, sehr viel List entdecken, auch Krieg gegen Kuba, also, ja gut, also man kommt von einem zum nächsten. Ja, da sind wir bekannt für, aber ich meine, im Endeffekt, das absurdeste Statement, was ich vielleicht in meinem Leben jemals gehört habe in dem Bezug ist, dass man sagt, ja, der amerikanische Präsident und Krieg ohne Liste und so weiter, das geht ja gar nicht. Also wer sich dieses Buch von sonst... Bro, die haben einfach uns ein Land weggenommen, einen Staat weggenommen, Bundesstaat, den ich auch als Mexikaner, wenn ich das so sagen darf an der Stelle, weil ich fühle mich hier schon so, als ob ich dazugehöre. Ich liebe Mexikaner auch, ich mag die Kultur auch extrem und die Menschen und so. Ich fühle mich echt mit denen wohl. Oder so ein Ziel, wie auch immer, du den auch gelesen, da steht ja, dass Krieg hat als Kern Täuschung. Ja klar, und frag dich doch, wer hat Nord Stream gesprengt, oder? 26. September. Nein, Leon, Kalifornien war Mexiko. Ah jo. Haben wir doch gerade gesagt, der hatte doch gerade gesagt. 1022 Nord Stream ist gesprengt, das weiß man. Das weiß man. Habe ich was anderes gesagt? Eine Röhre, sagt Punt Deutschland, Erdgas will, wäre er bereit zu liefern, aber drei sind weg. Es sind insgesamt vier Röhren. Zwei sind Nord Stream 1 und zwei bilden Nord Stream 2. Und jetzt die offizielle Geschichte ist eigentlich meiner Meinung nach von Simo Hirsch richtig dargelegt worden. Also die, so wie es aussieht, haben die Amerikaner das weggesprengt. Und natürlich kommen dann sofort andere Geschichten auf, nee, das waren Ukrainer, mit dieser, mit dieser, Das kennen wir schon, Digga, das hat er auch in unserem Talk. Mit diesem Segel. Ich guck mal, ob wir hier, da geht es noch um Iran und so. Iran ist deutlich, das ist der Iran. Ja, also der Iran steckt schon in der. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, müsste das eigentlich aufklären, weil das ist ein Kriegsakt. Ja, das ist ein Kriegsakt gegen Deutschland. Und wenn dieser Krieg, Schulz, klärt dir das auf, sollte das, dass man innerhalb der 31 NATO-Staaten untereinander Kriege führt. Und das müsste mindestens eine Diskussion im Bund. Und jetzt soll der Scholz, der Scholz soll jetzt den Amis eine Ansage machen, oder was? Im Leben nicht. ...Tag sozusagen geben. Und da müsste man, aber da ist wieder Totenstelle, ja, das ist wieder Totenstelle. Ja, da ist halt kein eindeutiger Feind, vor allem keine eindeutige Feindbildung als Kern identifizierbar. Wenn du jetzt gerade so diese aktuelle Thematik mit Israel und Hamas und so weiter siehst, zum Beispiel, da ist ja, der Kern ist deutlich, das ist der Iran. Ja, also der Iran steckt schon wieder dahinter, die finanzieren das, die wollen das, die möchten Israel loswerden und so weiter. Die Hezbollah wird da noch mit reingemischt und so weiter. Das ist so, da, wie du schon auch oft gesagt hast, hat der Feind dann Struktur. Da kann man einander gegenüber... Die Aussage ist, wenn der Feind bekannt ist, hat der Tag Struktur. Das sage ich zurzeit jeden Tag, immer auch ein ganz anderes Beispiel. Der gute alte Volker Piespasse. Leider ist er irgendwie von der Bildfläche verschwunden, aber wenn man sich das mal so anguckt, aber trotzdem gibt es einen Wandel. Ich habe amerikanische Medien gerade konsumiert und die reden ganz offen davon halt, dass sie sagen, ja, der Iran, der steckt hinter der Hamas und der Iran hat auf jeden Fall ein ganz großes Interesse daran, dass Israel kaputt gemacht wird und so weiter. Und dann kommt das Aber, was lange gefehlt hat, aber der Iran ist so, weil wir sie zu dem gemacht haben. Auf einmal sagen sie das. Die sagen dann auf einmal die Historie auf von Mossadegh damals mit Operation Ajax und danach erzählen sie halt, dass der Schah dort installiert wurde und dass genau dort, wo der Schah rasiert wurde, dass das Abkommen, das Ölabkommen abgelaufen wäre und dass es zu den Preisen nicht mehr möglich gewesen wäre, dass das eventuell dann was damit zu tun hat, dass die Radikalisierung des Iran durch die Ayatollahs und so weiter dann auch teilweise auf unsere Kappe geht. Das geben sie alles nacheinander zu und sagen aber dann auf der anderen Seite auch nochmal interessanterweise, wir halten uns aber aus dieser Nummer raus. Die amerikanische Position vermehrt, wie man sie hört, es gibt auch andere Leute, ist halt so, dieser Konflikt dort, wir können uns nicht einen weiteren Krieg im Mittleren Osten erlauben, denn wir haben schon so viel darunter, die sagen nicht, dass wir jetzt, wir haben Scheiße gebaut und haben alle andere ins Verderben geschmissen, sondern wir könnten es uns, was sie eigentlich sagen müssten, finanziell und strategisch jetzt nicht erlauben, da auch nochmal mitzumischen, weil der Iran ist eben nicht Afghanistan. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Und dann mit der Koalition, mit den BRICS-Staaten und so weiter, könnte das dann nochmal zu dem ganz krassen Pulverfass werden und dann sagen sie dann auf der anderen Seite, aber die Möglichkeit, sie zu schwächen, ist aber Sanktionierung. Sanktionierung, so schwächen wir sie und da merkst du dann schon wieder, es geht eigentlich immer nur um die eigenen Interessen. Aber wenn Hart auf Hart kommt, muss Amerika ja irgendwie mitziehen, die sind ja der wichtigste Partner von Israel. Darum die USA auf Platz 1 der Weltrangliste zu haben, in jederlei wirtschaftlicher, politischer Art und Weise und den Feind zu schwächen, da wissen sie aber ganz genau, dass sie die Bevölkerung schwächen und es ist denen scheißegal. Weil die großen, mächtigen Leute im Iran oder wo auch immer, die die Zügel in der Hand halten, wirtschaftlich und so weiter, die schwächst du ja nicht. Die bleiben wir da. Da gab es dieses Interview mit Madeleine Albright. Das war in den 90er Jahren, als man einen Embargu gemacht hat gegen den Irak und dann fragt die Journalistin in den USA, sagt ja, aber jetzt sterben da sehr viele Kinder im Irak, ist das der Preis wert? Und dann sagt sie, ohne zu zögern, die damalige Erstenministerin sagt, ja, der Preis ist es wert. Da merkst du, wie die Menschlichkeit rausdividiert wird, gerade bei diesen Menschen, die diese Entscheidungen treffen oder bei den Marionetten, die uns präsentiert werden. Was wird denen abtrainiert, wortwörtlich abtrainiert? Es ist ihnen eigentlich egal, ob Kinder sterben, jetzt damals im Irak oder jetzt im Iran. Einfach die Sanktionen werden gemacht, um sozusagen die Vormachtstellung des Imperiums abzusichern. Aber du hast etwas Wichtiges erwähnt, Bilasch, und das müssen wir noch kurz reinnehmen. BRICS, aber wir müssen kurz auf die Zeit schauen, weil ich muss ja auf den Flieger. Wie sieht es aus? Wir haben 15 Minuten. 15 Minuten. Gut, also BRICS. Es ist ganz wichtig. Entschuldigung, ihr werdet mich totschlagen. Auch diese Frau, die das kalte Statement gegeben hat mit den zwei Millionen Kindern, hat es mir eingebläut im Kopf, die hat auch noch, als sie gestorben ist, meines Erachtens, sie war Vertreterin vom Atlantik-System, hat auch irgendeinen Orden bekommen und wurde geehrt für ihre Dienste. Das stimmt. Entschuldigung. Aber die BRICS-Staaten, das ist jetzt sehr wichtig zu verstehen, dass die Herausforderungen für die USA sind erstens China. Aber China ist nicht isoliert, sondern China ist in diesem Verbund der BRICS Brasilien, steht für B, R steht für Russland, I steht für Indien, das C steht für China und das S steht für Südafrika. Also BRICS muss man sich merken. Und natürlich, das C steht als zweitletzter, aber eigentlich unter diesen fünf ist das C. Also die Chinesen führen die BRICS an. Und da kommen jetzt ab 1. Januar kommen da noch einige Kandidaten dazu, so wie es aussieht. Iran, ich glaube auch ein südamerikanischer Staat, weil Brasilien ist ja schon drin. Ich habe schon der mächtigste Partner in dieser Koalition. Und die BRICS-Staaten zusammen haben 3,5 Milliarden Menschen. Die NATO-Staaten, alle 31 zusammen, eine Milliarde Menschen. Also es ist 1 zu 3. Okay? Wenn du dir die, also schon China allein hat 1,4 Milliarden, Indien hat 1,4 Milliarden, in der Summe sind das 2,8 Milliarden. Dann nimmst du Brasilien, das sind 200 Millionen, und dann bist du schon bei 3 Milliarden. Argentina, ne? Ja. Und dann nimmst du noch Südafrika, nimmst du noch dazu und du nimmst noch Russland dazu. Und jetzt wird diese BRICS-Gruppe wird größer. Und wann wird sie größer? Am 1. Januar. Also jetzt in zwei Monaten. Ja, jetzt kommt ja noch der November, dann kommt Dezember, ein bisschen Weihnachten, was auch immer. Neujahr. Und auf den 1. Januar, wer tritten bei? Saudi-Arabien, Iran, wo wir darüber gesprochen haben, Ägypten, wo der Grenzübergang zu Israel ist, Iran, Ägypten, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate. What the fuck, bro? Die haben auch Money, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabischen Emirate. Das ist, das ist, das ist Cash-Power. Ähm, äh, wen habe ich gefordert? Argentinien. Äh, Äthiopien. Also, die, immer mehr Afrikaner kommen mit rein. Südamerika auch. Nahe Osten sowieso. Also, da siehst du auch so ein bisschen, also da kann man schon so ein bisschen gucken, wie das in Zukunft laufen wird. So, weißt du, wenn die mal die Power übernehmen, in welche Richtungen man tendieren sollte. Also, ich bin eh der Meinung, dass, also für mich persönlich, wird das, im Long Run, Digga, hier in Mexiko, bist du auch nicht sicher, weil die auch eigentlich zu den Amis gehören, mehr oder weniger. Afrika ist the key. Die BRICS-Gruppe wird größer. Und jetzt, gerade jetzt, konsolidiert sich natürlich in der BRICS-Gruppe ein großer Argwohn. Wenn man sagt, wenn die USA und wenn Israel und vielleicht auch Deutschland sagt, ja, der Iran, das sind die Bösen, weil die, die sind hinter der Hezbollah und die sind hinter der Hamas, dann musst du in diesem grösseren BRICS-Rahmen sehen, dass die Chinesen und die Russen kein Interesse haben, dass der Iran jetzt sozusagen wieder zur Zielscheibe wird, der NATO. Weil gerade jetzt sind sie ja dabei, dass sie den Iran eingeladen haben, in ihren Clan, ja, Mitglied zu werden in der BRICS-Gruppe. und das ist so wie, wenn du, wenn du schon, wenn du bist jetzt, du bist jetzt, ich weiß nicht, du bist Union Berlin, ja, Fußballklub und du hast schon, du hast schon einen Spieler, der vielleicht jetzt noch, weiss nicht, bei Barcelona spielt, du hast eben schon unterschrieben, dass der kommt, ja, da wisst du nicht, dass sich der verletzt, ja, du wirst den gesund in deinen Klub aufnehmen und so ist jetzt der Iran. Der Iran ist jetzt noch nicht im BRICS-Klub und jetzt ist er gerade in dieser schwierigen Lage, weil der Nahe Osten sozusagen in die Luft fliegt und ich bin der Meinung, das wird hier zu wenig diskutiert. Wenn man den Iran kritisiert, kritisiert man eigentlich auch seine Aufnahme in die BRICS-Struktur. Und das, was aber läuft im Hintergrund, ist, dass die Chinesen sehr viele Rohstoffe brauchen und die haben mit dem Iran ein... In Deutschland darfst du gar nichts kritisieren. ...viel gemacht, weil das ist genau dieses, was man Blowback nennt, dass es deine eigene Politik dann irgendwann, ja... Die in den Arsch beißt. Ja. Mäßig. Wenn du deine Frau immer anlügst und immer fremd gehst, denkst du vielleicht, ja, die ersten paar Monate und die Jahre hast du die Beste aller Welten und dann kommt Judgment Day, oder? Und dann... Oder? Oder? Ihr seid doch die Holländer. Dann wirst du sehen, dass es eben doch... Geist, wie sie riefen. Ist so. Also das ist auf dem persönlichen wie auf dem politischen Dazet. Und diese... Leon, haben die Mexikaner alle so einen USA-Fokus? Auf keinen Fall, Bro. Die Mexikaner feiern es gar nicht. Also die meisten aus dem Volk fühlen nicht, dass die so heftige Abkommen haben mit den Staaten und so, aber es ist halt einfach so. Die haben hier schon immer ein bisschen Kontrolle ausgeübt, die Amerikaner. Die kontrollieren das Ding auch hier mehr oder weniger, Digga, mit dem Kartell und mit der Regierung zusammen. Ähm... Das wäre halt... Also dass Mexiko mal richtig unabhängig wird und so, wäre auch eine gute Geschichte, aber ja, das ist halt schwierig, man. Die haben so heftige Verträge gemacht und so. Du kennst doch die Amis, man. Die sind halt schon intelligent, mehr oder weniger, und mächtig und powerful und... Ähm... Die machen das schon so... Die haben schon ihre Finger immer ganz schön tief mit drin, auch gerade bei uns in Deutschland. Wir sind ja auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Die kontrollieren schon sehr krass, weißt du? Und dich davon zu lösen, dich davon unabhängig zu machen, ist halt schwierig. So. Ist halt nicht so einfach. Die Situation ist jetzt natürlich so, dass die USA den Iran ähm... unter Sanktionen, unter Embargo gemacht hat, wie du richtig sagst. Also amerikanische Firmen dürfen im Iran nicht Handel treiben, die dürfen... Bist du schon äh... in Kontakt mit dem Kartell gekommen oder hast du irgendwas Krasses mitbekommen? Ja, ja, bro. Den Kuba Handel treiben, das sind sanktionierte Staaten. Russland ist sanktioniert, etc. Ja, jetzt ist aber die Welt ein dynamischer Ort mit 193 Ländern. Es gibt nicht nur die USA. Also sind die Chinesen hingefahren zu den Iranern und haben gesagt, Kollegen, wir haben gehört, ihr habt ein Problem. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben ein Problem, die Amerikaner wollen nicht mit uns Handel treiben. haben die Chinesen gesagt, ja gut, aber ihr habt doch Öl und ihr habt doch Gas. Wir brauchen das. Wir sind 1,4 Milliarden. Und dann haben die Iraner gesagt, okay, we have a deal. Das heißt, die Chinesen sind in diese Lücken reingegangen, wo ich dann im Rückblick denke, war auch absehbar, früher oder später, dass sich da eine Gegenallianz bilden wird gegen diese Kontrolle der Amerikaner über die ganze Welt, mehr oder weniger so. Das war abzusehen. Und die Frage ist halt so, ich bin da, ich tue jetzt gerade so, als ob ich da voll so mit drin bin und auch das so, weißt du, dass ich denke, dass es das wirklich gibt. Die Frage ist halt, ob es nicht übergeordnete Mächte gibt, die das alles schon extra so steuern und die eigentlich denen egal ist, welche Nationalität du hast, welche Religion, welche Hautfarbe, alles scheißegal ist, sondern die wollen einfach nur die Welt kontrollieren. Und vielleicht sind die sogar teilweise aus China, teilweise aus Amerika, teilweise aus Russland, die Leute, die die Fäden in diesen ganzen Ländern in der Hand haben. Das ist dann auch immer wieder komisch, wenn du guckst, WEF zum Beispiel, Putin ausgebildet, Leute aus China ausgebildet. Ja, also auf der einen Seite denke ich so, okay, krass, da bildet sich gerade ein Gegenstück zu den USA und so und es ist auch cool so und es ist auch richtig so. Auf der anderen Seite denke ich mir wieder, gibt es nicht doch übergeordnete Mächte, die eigentlich das alles auch schon wieder gerade kontrollieren und das passieren lassen. Weißt du? Ja, das ist das Dilemma von einem Verschwörungstheoretiker wie wir, wie mir, der immer versucht, nochmal mehr zu denken, weißt du, wie ich meine? Nochmal eine Abfahrt zu nehmen. Wie unklug ist das, wenn wir jetzt Amerikaner werden, lass uns mal die Position. War eine ernst gemeinte Frage. Ja, das war auch eine ernst gemeinte Antwort, mein Jutzer. Amerikaner übernimmt, wir stürzen im Iran die Regierung 1953, um dort Einfluss zu gewinnen. Dann haben wir Einfluss, dann verbocken wir es aber so total, dass unser Einfluss schwindet. Dann setzen wir das Land unter Embargo, so wie, mit dir spreche ich nie mehr, ja, ja, dann kommt der andere, sprich, das ist wie, das ist eine Ex-Freundin, und findest die super schön und so, aber dann, sie hat verletzt dich, du sprichst nicht mehr mit ihr. Oder Umgangsverbot, haben wir früher mal gesagt. Ja, du triffst sie einfach nicht mehr, rufst sie nie mehr an, keine Geschenke, gar nichts mehr. Ja, kommt der Nachbar, macht ihr Geschenke. So ist das. Wunderbar. Und wenn man sich jetzt anguckt, dass die amerikanischen Stimmen sich da auch verändern, also ich glaube, dass diese Sache mit Mahsa Amini zum Beispiel damals ausgenutzt wurde von der amerikanischen Seite aus, genauso wie die Sache mit George Floyd, um Politik zu machen, hat nicht so ganz funktioniert, aber man hört viele amerikanische Stimmen, die jetzt sagen, ja, aber die Iraner, das sind Entrepreneurs, also das sind so Leute, die sind halt wirtschaftlich intelligent, sie haben eine hohe Quote in Bezug auf die Universität, das ist eigentlich nicht gut, sie als Feinde zu haben, so nach dem Motto, lasst mal versuchen, die zu uns doch wieder zurückzuziehen und so weiter. Jetzt auf einmal fällt es euch ein. Die Gefahr da, die ich halt einfach insgesamt sehe bei dieser ganzen Nummer, ist halt einfach nur Zentralisierung von Machtpolen. Und das sieht man auch hier in Deutschland, dieses ganze Parteiensystem wird immer amerikanischer, man hat fast nur noch links gegen rechts, man hat dann den großen, Briggs-Bereich dann gegen die NATO dann im Endeffekt und so weiter und so sind halt diese großen Konflikte immer noch nicht vom Tisch, die können sogar vielleicht ein bisschen gefährlicher werden und im Endeffekt, wo ich die größte Befürchtung habe, ist es aber alle Parteien letztendlich dann doch an Zentralbank-Money vielleicht verknüpft sein werden, an irgendwelche nativen Fiat-Money-Gesetzungen. Da sind wir doch, Bro. Der Belasch ist verlasst, der ist auch mies in der Schwurbelei drin und denkt, glaube ich auch, dass das vielleicht dann doch wieder alles miteinander zusammenhängt. Geschichten wie zum Beispiel Kryptowährungen und so weiter, so dass man eigentlich denselben Konsum hat, dass man dieselben Sachen wie Smartphones benutzt und so weiter, so dass da die Unterschiede vielleicht gar nicht so groß sein werden, wie den Leuten eigentlich so richtig, wie sie es gerne verkaufen wollen würden. Ja, der Pool ist der gleiche. Und die Konflikte haben wir damit mit Sicherheit nicht weg. Also wir sind gerade am Anfang quasi... Jetzt wird Bricks starten, wird aufgebaut als Gegenstück zu Amerika, dann werden ein paar Kriege ausgelöst, bisschen auf Weltkrieg gemacht und so und am Ende wird gesagt, ja, wir haben uns alle lieb. Die Aliens kommen, wir müssen uns zusammentun, Weltregierung passt schon. Und dann sind wir alle in der totalen Kontrolle, außer ich im Dschungel mit meinen 20 Kindern. Neuen Epoche, wie auch immer die aussehen wird. Man nennt es die multipolare Zeit. Also die multipolare Zeit hat einfach mehrere Machtzentren und die Leute merken ja auch, dass es ein Umbruch ist. Größere Durchmischung der Gesellschaften, verschiedene Kulturen, dann auch Abstieg. Zum Teil einige Leute, die Mittelstand waren, fallen in die Armut. Das ist zu beobachten. Dann Konflikte eben. Dann sagen wir, was in der Ukraine, was müssen wir denn da panzern? in die Ukraine liefern? Was ist denn jetzt im Nahen Osten los? Und was passiert überhaupt mit den Medien? Hat denn AD und Süddeutsche Zeitung recht? Oder der Spieler? Ne, haben sie nicht. Recht, der hat irgendwie einen YouTube-Kanal. Der hat halt immer recht. Der hat ja Unrecht. Wie konnte ich das hinterfragen? Ne, Stanele, was hast du denn jetzt gemacht? Nicht die neue Weltordnung, die wir immer gemeint haben eigentlich? Es ist einfach eine Welt im Umbruch. Also das ist eigentlich, die Historiker haben diesen Satz, das einzige Konstante ist der Wandel. Und das ist immer so. Also es war auch, ich sage mal, vom 13. zum 14. Jahrhundert haben sich die Dinge verändert. Es ist nicht so, dass es mal eine Zeit gab, wo alles gleich war. Aber jetzt sind einfach die Momente, wo etwas völlig anders ist, sind so schnell, dass das den Menschen auffällt. Weil die Menschen wie TikTok, Bro, sagen, ey Moment, jetzt war doch noch kürzlich haben wir darüber gesprochen. Lockdown, Impfung, Maske. Lockdown. Dankeschön, Daniele, Dankeschön. Funk, Maske. Und wenn du das ganz ernst genommen hast und alles geglaubt hast, dann bist du ja dann schon ein bisschen irritiert, wenn dir jemand sagt, ist vorbei. Wir haben den Punkt nicht aufgewacht, das ist verloren, sage ich dir ehrlich, Digga. Sorry, aber muss, das ist doch, das ist... Vergiss es. Dann kann mir auch keiner übel nehmen, dass ich den Glauben teilweise den Menschen verloren habe, oder? Ja, was jetzt, ich misse jeden Tag die Inzidenz. Vergiss es, ist vorbei. Warum habe ich das so ernst gemacht? Ja, aber du nimmst halt alles so ernst. Es ist Ukraine. Und dann... Putin, Entschuldigung, Putin mal beklatscht wurde vom Westen, ne? Ja, nee. Der tolle Kanzler der Russen. Und dann kommt die Ukraine und dann ist das eine Story, die sehr, sehr intensiv diskutiert wird. Dann ist es nur noch das, das, das. Und dann kommt der 7. Oktober 2023 und so wie ich jetzt den Eindruck habe, ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh. Wir müssen schauen, wie es in 2020... Das sind Facts, Daniele. Kannst du ruhig so sagen, Digga. Ja, Russland, Ukraine ist vorbei. Monaten ist, aber im Moment wechselt dieser große Scheinwerfer, das ist der mediale Scheinwerfer. Sehr gut, ja. Der wechselt von... Der war bei Corona, also zack, zwei Jahre drauf und dann war Ukraine zwei Jahre drauf und jetzt, ich weiß nicht... Schön euren Kopf ficken wollen die. Wie lange er auf dem Garza-Streifen ist. Sehr gut. Also zum Abschluss würde ich dann dich nochmal fragen wollen, in dieser multipolaren Weltordnung, wenn man sich diese ganzen Machtpole und Machtzentren anguckt, hast du den Eindruck, dass man es dort irgendwo mit Leuten zu tun hat, die irgendwo vertrauenswürdig sind oder das Gute als Intention haben für die Bevölkerung? Der schmunzelt schon selber bei der Fragestellung. Merkst du das? Die Zivilisation dieses Planeten... Siehst du das, Digga? Wer sieht das auch? Das ist nur mit Anschluss. Der weiß ganz genau, was die Antwort ist, ja. Ich glaube, man hat sehr viele gute Menschen in seinem Umfeld und zwar in seinem Umfeld, weißt du, man muss ja... Umfeld, genau. Aber nicht die, die Leute entscheiden. Die, die entscheiden so. Die mächtigen Menschen so. Die haben kein gutes Interesse mehr, Bro. Die beten den Teufel an, Digi. Ist einfach so. Und das ist offensichtlich mittlerweile. Die verstecken das nicht immer mehr, weißt du? Und deswegen finde ich gut, wie er die Antwort gerade gestaltet und sagt, wir haben gute Menschen und zwar in unserem Umfeld so. Und wenn wir uns ein bisschen wieder darauf konzentrieren, auf uns selbst konzentrieren, selber ein guter, korrekter Mensch zu sein, der sich jeden Tag weiterentwickelt, dann mit seinem Umfeld gute Beziehungen aufbauen und da dafür sorgen, dass man einfach miteinander harmonisch gut leben kann, so. Und wenn wir das einfach so streuen durch die ganze Gesellschaft durch und irgendwann alle Menschen mal wieder in ihr Menschsein, Herz reinkommen und miteinander gut leben können, so, dann können die mächtigen Menschen, die die Entscheidungen treffen, entscheiden, was sie wollen. Aber wenn keiner mehr mitmacht oder mehr zum Krieg hingeht, dann können die auch keine Kriege führen. Und dann können die die Dinge auch nicht umsetzen, die die umsetzen. Die können das nur umsetzen, weil wir so dumm sind. Weil wir so dumm sind und die Scheiße seit Jahrzehnten, Jahrhunderten mit uns machen lassen. Denn die Weisheit und die Güte an den höchsten politischen Ämtern suchen. Aber bleiben wir kurz bei den politischen, hohen Ämtern und auch natürlich bei den Vermögensverwaltern und so weiter. Wirklich die ausschlaggebenden Instanzen, die diese Welt quasi zu dem vormen, was es ist. Der Belasch will hier gerade ein bisschen Wurbelei aus dem Daniel rauskitzeln. Sie müssen auf den Zahn fühlen, Digga. Also die, feiere ich die Situation gerade. Die Formen der Welt, die die mächtigsten sind, das siehst du ja, guck mal auf die Welt, wie sie aussieht. Dann kannst du sofort rückschließen, sie sind nicht von Weisheit und Liebe durchdrungen. Sehr weise gewählte Worte hier, Daniel. Okay, da muss man gar nicht viel mehr sagen. Aber es ist sehr wichtig, auch wenn wir jetzt zum Schluss des Gesprächs kommen, etwas Positives zu sehen. Und zwar Einer sagt nicht dumm, sondern unbewusst. Ja, aber man muss da ganz klar auch mal sagen, so wie es ist, das Gegenteil von Weisheit ist Dummheit. Das Gegenteil von Liebe ist Hass. Und ich sehe viel Dummheit und Hass, Bro. Sorry. Jeder von uns hier hat ja Menschen, die ihn begleitet haben, auf seinem Weg. Eltern, Brüdern, Schwestern. Das sind zum Teil vielleicht Menschen, die hat man nur einen Tag gesehen und die hat man zehn Jahre gesehen und die haben einen unterstützt. Und wenn man sich mal das denkt, wie viele das sind. Das sind sehr, sehr viele gute Menschen. Dann kann man sagen, ja, die haben das nur gemacht, weil dann später habe ich ihnen geholfen beim Umzug und da hatten die auch was von mir. Nee, nee, nee. Ein Teil hat dir geholfen, du hast ihnen nie geholfen. Danke. Nein, aber ich sage mal, wenn du das siehst, wie viele gute Menschen es gibt auf der Welt. Weil das ist einfach, wenn wir so viel über Politik und Verbrechen reden, könnte es am Schluss so sein, dass die Leute sagen, ich will hier nicht mehr dabei sein. Ja, der Daniele kann halt auch gut darüber reden, weil du siehst ihm auch an. Er ist ein, er ist ein, wir haben die erste, die erste halbe Stunde oder so in meinem Interview über Spiritualität, Meditation, Bewusstsein, Gedankenkontrolle und diese ganzen Sachen geredet. So und der Bruder ist da. Weißt du? Und das ist ein Schlüssel in unserer heutigen Welt. Ist in der heutigen Zeit, dass du das, dass du das am Start hast. Weil das entscheidet darüber, wie sehr lässt du dich von dem Weltgeschehen beeinflussen und bleibst trotzdem in deiner Weisheit und Liebe so. Bleib verbäumlich hin. Ja genau. Und das ist ganz wichtig, dass man dann sieht, die persönliche Lebenserfahrung ist natürlich die, dass das Leben auch schwierig ist und schmerzhaft. Also will ich jetzt da gar nicht irgendwie rosa-rote Farbe über alles drüber schütten, aber ich will einfach auch sagen, wenn ich persönlich daran denke, jetzt bin ich 51, wie viele Menschen mir auf meinem Weg geholfen haben. Und zwar wirklich liebevoll. Dann einfach mal Danke. Einfach mal Danke und dann kommt man in ein Gefühl der Dankbarkeit. Natürlich kann man dann noch sagen, aber die Brutkasten-Lüge 1990 im Irak mit Kuwait, das ist doch trotzdem eine Sauerei. Absolut. Ist so. Aber man darf hier, man darf das Baby nicht mit dem Bart ausschütten. Man kann nicht, wenn man, wenn man Gewalt... Man darf das Baby nicht mit dem Bart ausschütten, der fühle ich. Und Lüge kritisiert, kommt man in ein Menschenbild, das eigentlich sagt, vermutlich ist die Menschheit verloren. Voll, Digga, das ist so wichtig, was ihr sagt. Der Mensch ist so gefährlich, da bringt sich... Wir werden uns auslöschen. Das ist so ein bisschen diese Stimmung, die entsteht. Und wenn man aber umgekehrt jetzt eine Geschichte erzählen wird, wie viele Menschen haben dir schon geholfen, dann zählst du die mal auf. Eine Hand reicht nicht. Und das Zweite ist ja dann, dass man sagt, wie viele Dinge wurden denn erschaffen von anderen Menschen, die mir nützlich sind. Zum Beispiel jetzt mal dieses Mikrofon. Hab ich ja nicht gebaut. Und könnte ich jetzt auch nicht. Brauche ich jetzt aber nicht. Die Kopfhörer habe ich auch nicht. Der ganze Raum habe ich nicht gebaut. Jetzt muss ich gleich auf den Flieger. Den Flieger habe ich auch nicht gebaut. Das ist dann wieder diese Dankbarkeit doch. Weißt du, wie ich meine? Also wir sind... Ist schon auch praktisch, diese ganze Diskussion, jetzt ohne Mikrofon, ohne Kopfhörer und ohne die Kameras, wäre nicht das Gleiche. Und das heißt, wir müssen immer auch daran denken, dass wir die Dinge haben, weil die andere hergestellt haben. Irgendjemand hat das verpackt, irgendjemand hat das designt. Natürlich, irgendjemand hat auch was verdient und du hast das bezahlt. Geht auch in Ordnung. Aber das führt uns wieder ein Gefühl der Dankbarkeit. Und das ist halt wichtig. Deswegen jeden Morgen beten und für die grundsätzlichen Sachen so dankbar sein. Natürlich kannst du auch für das Mikrofon dankbar sein. War ich auch schon lange nicht mehr. Danke, Mikrofon, dass ich dich benutzen darf. Aber am Ende des Tages zählen für mich auch diese wirklich wichtigen Sachen. Dass ich ein Bett habe, ein Dach über dem Kopf habe, was zu trinken und zu essen jeden Tag habe. Dass ich Menschen habe, die mich lieben, die ich liebe. Meine Familie ist da. Hier fliegen keine Bomben gerade, wo ich bin. Ich kann normal leben. Ich habe ein Fortbewegungsmittel. Diese ganzen Sachen. Ich darf sehen. Ich darf fühlen. Ich darf reden. Ich darf laufen. Ich darf die menschlichen Sinne benutzen. Wenn du dafür einfach mal dankbar bist, dann gehst du halt auch ganz anders an diese ganzen Thematiken ran. Und das ist gerade, wenn du aufklärerisch unterwegs bist, so wie Daniele oder Belaş oder ich auch so, ist es gerade dann extrem wichtig. Weil er hat recht, man rutscht schnell in so einen Modus rein, wo du auf einmal dann nur noch böse Sachen siehst und alles nur noch schlecht siehst und alles negativ ist und du genießt das Leben nicht mehr richtig. Du siehst die guten Dinge nicht mehr. Weißt du? Und das ist halt, das ist halt so wichtig, gerade wenn du in dem Bereich unterwegs bist. Das ist eigentlich, was wir brauchen. Wir brauchen ein Gefühl der Dankbarkeit für das, was wir haben. und ich weiß, die Zeit ist um, aber die Dankbarkeit... Jesus beleidigt dich wieder unnormal, Bro. Bitte mach den mal fertig. Der hat auf dein Video reagiert. Jesus, an der Stelle Ansage geht raus jetzt, Bro. Macht Clip und schickt es ihm. I love you, man. Wir haben früher gedacht, als Historiker, wenn jeder Mensch einen Kühlschrank hat und wenn die noch eine Waschmaschine haben und wenn die noch ein Auto haben, dann werden die die ganze Zeit tanzen vor Freude. Und wenn die dann noch irgendwie ihre Musik, Lieblingsmusik, immer hören können und alle Filme auf irgendeinem Portal wie Netflix immer hören, die werden überhaupt, die werden aus dem Grinsen nicht mehr rauskommen. Und letzten Endes ist das aber nicht der Fall. Es ist nicht der Fall, weil natürlich die Dankbarkeit immer sofort weg ist und überdeckt wird durch neue Probleme. Und was können wir jetzt machen? Entweder wir negieren die neuen Probleme, die da sind und das wollen wir ja nicht tun. Wir haben intensiv über Probleme wie Gewalt und Lüge und Medien und Regierungen und Machtstrukturen gesprochen. Aber wenn wir das tun, sollten wir immer auch dankbar sein und sagen, okay, es gibt diese Probleme, aber jetzt möchte ich mal fünf Dinge erzählen, für die ich dankbar bin. Ich bin jetzt zum Beispiel dankbar, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Ich bin dankbar dafür, dass ich eine warme Dusche habe. Ich bin dafür dankbar, dass es meinen Kindern gut geht. Es ist so schön zu merken, dass es halt Menschen gibt, die noch diese Message vertreten. Weißt du, wie ich meine? Dass ich da nicht der Einzige bin. Deswegen sind so Leute wie Daniele und Ken Jebsen und Ernst Wolf und auch Kurt Tepperwein, der Gavi, der Andreas Popp und so, wenn ich sowas sehe, dann fühle ich mich halt so geil, ich bin nicht alleine. Weißt du, was ich meine? Ich würde mir wünschen, dass mehr Leute auch aus unserem, aus meinem Bereich, wo ich herkomme, so YouTube, Rap, Hip-Hop und so, das verstehen würden und das predigen würden. Aber ist okay, ich mache das halt dann, an der Stelle, wenn ich das so sagen darf. Aber das ist halt wichtig. Das ist halt wichtig, dass es genau diese Menschen gibt, damit, damit, ja, damit wir den Mut nicht verlieren, so weißt du, wie ich meine? Und damit wir stark bleiben, egal was passiert. Ich bin dankbar dafür, dass sehr viele Menschen mir auf dem Weg geholfen haben. Das möchte ich den Leuten immer mit auch auf den Weg geben, weil diese, gerade wenn man sich ein bisschen... Sowas hörst du nicht im ZDF, sowas hörst du nicht bei Markus Lanz, sowas hörst du nicht von diesen ganzen Propagandisten, so was hörst du auch nicht von diesen Reaction-Youtubern, die versuchen immer, andere Leute fertig zu machen, sowas hörst du nicht von denen. Da gibt es keine gute Message, positive Message und so. Die haben nicht diese Liebe und diese Kraft, bro, sonst würden die das ja nicht tun, was sie tun, weißt du? Und deswegen ist es so wichtig, dass es diese Menschen gibt als Ausgleich so, weißt du? So niedergezaukelt, runter, wenn es ein bisschen runterzieht, kann man sich hinsetzen und sagen, okay, für was bist du jetzt dankbar? Und wenn jetzt jemand kommt, sagt, ey, Daniele, ich bin für nichts dankbar, mir geht es echt schlecht, ich habe gerade null Geld, sondern ich habe noch tausend Euro Schulden, die Freundin hat mich verlassen. So, guck mal, dein Herz schlägt, bro. Dein Herz schlägt einfach wieder heute. Du darfst leben. Der Chef hat mich runtergemacht und mein Auto ist gerade in Flammen aufgegangen. Aber was soll ich dankbar sein? Dann sage ich, du kannst doch noch atmen, oder? Das Beispiel, denk Gesundheit, weil jeder, der spät, viele sind gierig, das ist wie Salzwasser. Verdienst mehr Reichweite. Bro, jeder bekommt das, was er verdient, Digga, Gott ist groß. Wir wollen immer mehr, viele, ich war früher selber so, Gesundheit ist das allerwichtigste. Reichweite ist nicht alles, mein Jutsch da, siehst du doch. Die ganzen Gottlosen haben brutale Reichweite. Der Teufel ist easy, Digga. Der göttliche Weg ist nicht einfach, ist immer härter. Und dann auch, wenn sie es verloren haben. Und viele sind aber auch, leider auch, und bleiben bestialisch gierig. Krass gesagt, Anja, ganz krass. Ja, aber die Dampferkeit für die eigene Atmung, weißt du, der Trick ist ganz alt, du kannst dir sagen, okay, dann halte ich mal die Luft an, ich bin nicht dankbar, dass ich atmen kann. Und dann so nach 30 Sekunden sagst du, okay, ich gebe 100 Euro, wenn ich wieder atmen kann. Und dann fragst du, okay, gibst du 1000, und dann so, okay, ich gebe 1000 Euro. Am Schluss, du gibst ein ganzes Vermögen für den nächsten Atemzug. Verstehst du das, Digga? Aber den bekommst du gratis. Ja, da hast du recht. So, bester Mann, Daniele, liebe dich, Bro. Schlimmer geht immer, Daniel. Also man könnte, der sagt einfach Daniel. Diesem Herrn dort auch einfach einen Funken von Hoffnung dann geben, indem man den einfach 50 Euro für einen Puff in die Hand drückt. Und dann hat er ein bisschen Geld und dann hat er seine Freundin vergessen. Nein, nein, das war Spaß jetzt. Und am nächsten Real Talk ein Herpes. genau. Also wir sind auf jeden Fall dankbar dafür, dass du gekommen bist, Daniel, in ersterlei Hinsicht. Und also wir müssen das auf jeden Fall nochmal wiederholen. Das war viel zu wenig Zeit. Viel zu wenig Zeit. Die Leute, die fordern immer ganz lange Talks, wenn du kommst. Das war ein ganz langer Talk. Ich glaube, wir haben 90 Minuten unscripted, everything off the record. Der Real Talk ist bekannt für Überlänge. Ich weiß. Also vielleicht dann beim nächsten Mal, wenn wir das große Glück haben, dich dann wieder in Berlin begrüßen zu dürfen. Vielleicht kommen wir dann nochmal zu einer. Sehr gerne. Ich küsse euer Herz, Digga. Sehr gute Kombination. Daniele, bester Mann, Digga, Boogie und Bela. Schöne Grüße gehen auch raus an der Stelle. Ich mag euch auch sehr gerne. Weiter so. Wir sehen uns im nächsten Video. YouTube, eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Und vergesst nicht, die Worte am Ende waren sehr, sehr wichtig. Liebe. Tschüssi. Gang. Ich bin también. Ich bin noch mal.